Na nun, wen haben wir denn hier? Bayerns Superstar Arjen Robben auf blauem Terrain. Der Holländer wurde in den Sommerferien an der Grünwalder Straße gesichtet. Für Bayern-Fans mit Sicherheit kein schöner Anblick. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge. Der 32-Jährige ist und bleibt ein Roter. Für seinen Löwenbesuch gibt es einen ganz einfachen Grund. Arjen Robben meldete seinen Sohn Luca in der Fußballschule des TSV 1860 München an und sah beim Ferientrainingscamp der Kinder zu. Am Freitag beginnt für den FC Bayern mit dem Pokalspiel in Jena die Jagd auf das Triple. Arjen Robben kann da noch nicht mithelfen. Der Star des deutschen Rekordmeisters ist aber auf dem Weg der Besserung. Denn er ist nach seiner Adduktorenverletzung wieder ins Lauftraining eingestiegen.